Hallo, wir sind Boss Access. Viele von euch kennen uns. Ja, und wir freuen uns demnächst zum ersten Mal in unserer Heimatstadt Suhl spielen zu können. Unseren Style würden wir als Melodic Techno beschreiben. Wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheint und mit uns in Bude braucht. Genau. Hallo, ich bin Jürgen alias Jörg van Ho, DJ und Organisator am 03.09. Boss Access spielen viele Termine deutschlandweit, unter anderem in Köln, Stuttgart und Berlin. Aus dem Grunde bin ich überaus froh, dass sie uns in ihrem übervollen Terminkalemberg quetschen konnten. Und mein DJ-Kollege Blacks und ich, wir freuen uns tierisch drauf, sie am 03.09. bei uns im Sula Gagarin-Saal begrüßen zu dürfen. Es wird ein schöner Abend. Es wird ein langer Abend. Kein Black, kein Haus. Einfach nur Techno. Techno Editsback.